Vogtland Klinikum lässt sich hinter die Kulissen schauen. Mit der Nacht der Medizin ging am vergangenen Freitag die Festwoche anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Plauner Krankenhauses zu Ende. Die Klinikverwaltung verschenkte an dem Abend nicht nur Kuchen, sondern gewährte den zahlreichen Besuchern dorthin Zutritt, wo sonst nur Ärzte und Patienten hin dürfen bzw. hin müssen. So konnte beispielsweise bei einer Schlüsselloch-OP selbst Hand angelegt werden. Andere informierten sich über die beruflichen Perspektiven im Helios Vogtland Klinikum oder gingen auf Exkursion durch Lunge, Darm oder Gehirn.